Am 7. Dezember 2023 fand der Krampuslauf in Jäging statt und lockte zahlreiche Besucher aus nah und fern an. Der einladende Ort erstrahlte in vorweihnachtlicher Atmosphäre mit liebevoll dekorierten Ständen, an denen ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken geboten wurde. Es herrschte eine angenehme Stimmung, die die Vorfreude auf das bevorstehende Spektakel spürbar machte. Ganz besonders waren die Kinderaugen, die voller Aufregung die Ankunft des Nikolaus erwarteten. Gemeinsam mit seinen treuen Begleitern, dem Knecht Ruprecht und dem Krampus, betrat der Nikolaus den Ortsplatz und sorgte für strahlende Gesichter. Die Kinder wurden mit wundervollen Geschenken überrascht und ihre Freude kannte keine Grenzen. Die Kinder wurden mit wundervollen. Die Kinder wurden mit wundervollen. Die Begegnung mit dem Nikolaus bleibt für die Kleinen sicherlich unvergesslich. Nach diesem zauberhaften Moment bereiteten sich die fünf Vereinsgruppen auf den mit Spannung erwarteten Campuslauf vor. Mit beeindruckenden Kostümen bestehend aus Fell, schweren Glockengurten und geschnitzten Holzmasken verwandelten sich die Mitglieder in beeindruckende Gestalten. Die Begegnung mit der Begegnung mit der Begegnung mit der Begegnung wird. Die Menschenmenge konnte es kaum erwarten, die atemberaubende Vorführung zu erleben. Die Campusse und Perchten enttäuschten sie nicht. Sie inszenierten eine mitreißende Show, die die Zuschauer in ihrem Bann zogen. Ein Höhepunkt war der Feuertanz, der mit seiner faszinierenden Choreografie die Herzen höher schlagen ließ. Die Kranpussel und die Kranpussel. Die Kranpussel und die Kranpussel. Die Pärten sprangen und tanzten wind und her. Ihre Glocken klingelten laut und ihr Gebrüll erfüllte die Nacht. Die Zuschauer genossen die Mischung aus Angst und Aufregung, die die Krampusse in ihnen hervorrichten. In einer weiteren beeindruckenden Einlage bildete eine Pärtenkuppe einen imposanten Stern aus Holzstücken, auf dem sich ein Pär drehte. Der Krampuslauf in Yeging war zweifellos ein unvergessliches Ereignis. Yeging hat sich mit diesem beeindruckenden Event als eine Destination für traditionelle und festlende Veranstaltungen etabliert, die sowohl Einheimische als auch Besucher gleichermaßen faszinierten.